hey ho youtube freunde ja willkommen ich kula hd habe mir gedacht nach so vielen anfragen was in letzter zeit da kommt welche hardware ich habe wie ich das angeschlossen habe und 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 was braucht man dafür wenn man das zum beispiel genau sich das gleich holen möchte oder so ähnlich habe ich mir einfach gedacht ich mache einfach mal ein kurzes video darüber und zwar habe ich hier auf dem bildschirm einmal so ein fertiges bild gemacht mit den ganzen anschlüssen und wie was verkabelt wird und was ihr alles braucht so wir fangen dann einfach mal an was ihr braucht an hardware ist einmal hier oben rechts in der ecke dbx 286 s da steht noch mal hier oben rechts in der ecke dieses gerät habt ihr aber die vordernde rückansicht davon dann braucht ihr beidseitig also stereo klinkenstecker 6,3 mm davon drei stück dann braucht er von xlr male auf einmal also männlich auf weiblich zwei stück dann zum beispiel ein so wie ich das habe eine rote pro caster fürs mischpult da geht die das andere auch aber ich habe eben das pro caster weil das eben besser dämmt dann braucht ihr noch wenn ihr das so machen wollt wie ich ein dbx 231 erst steht hier rechts in der seite noch mal dann habt ihr ja auch die vorder- und die rückseite wie das ganze ausschaut das wären dann doppel equalizer ich gebe euch nur ein tipp es gibt noch den 131 s das ist praktisch nur ein nur das oberteil oder nur das unterteil oder klar danach teile ich das kostet genauso das gleiche 139 euro wie dieser mit zwei übereinander ich empfehle euch nimmt den doppelten dann habt ihr zwei stück und könnt ihr auch beide einsetzen den selben preis statt einem nur das ober- oder unterteil so dann zum beispiel braucht ihr noch ein mischpult ich zum beispiel nutze das yamaha mg 12 x u wie ihr sehen könnt auf der linken seite ja wie habe ich das alles angeschlossen wie habe ich das eingestellt so fangen wir erst mal von dem dbx an weil das mikrofon geht ja nicht rein direkt ins mischpult ich habe dafür das dbx 286 s das mic preamp prozessor also ein vorverstärker für das mikrofon da habe ich praktisch das rote pro caster mit xlr einmal verbunden mit hier hinten in dem input den xlr anschluss von dem dbx 286 s somit ist das mikrofon schon mal angeschlossen so und damit wir dann erstmal weitergehen weil wir wollen ja nicht gleich jetzt ins mischpult deshalb gehen wir jetzt erstmal den equalizer unter das heißt wir gehen hier wieder raus mit 6,3 stereo klicken stecker und gehen dann hier runter in den 231 s und zwar in den channel 1 das ist der obere equalizer nach das obere teil da gehen wir dann hier in den input ganz wichtig dass sie hier den input auswählt bitte darauf achten dass er das nicht verkehrt anschließt somit ist das mikrofon schon mal komplett verkabelt mit dem 286 s und den 231 s so damit das ganze die beiden geräte nach klaut komplett jetzt in den equalizer gelang enden ins mischpult müssen wir noch mal von dem ausgang da habe ich dann statt klinke habe ich dann xlr genommen wenn er mit dem xlr kabel einmal hier hoch in den ersten anschluss in den line 1 wo das mikrofon reinkommt also steckerkupplung xlr kabel einfach verbinden und zwar dieser ausgang der blaue mit dem mischpult hier oben links der erste kanal somit haben wir dann die drei geräte auch gekoppelt aber das war nur der obere equalizer und den unteren hier auch noch benutzen zum beispiel wenn wir hier noch weitere geräte anschließen es gibt dann noch hier vier weitere oder drei weitere für mikrofone das wären dann die stereo kanäle hier sind auch noch mal stereokanäle sind noch mal vier stück und damit wir die anderen nutzen können und das als effekt reindrehen man hat hier aus 1 ihr seht ja hier steht aus 1 überall bei jedem kanal allerdings wird das nur mono sein weil es nur eine reihe ist der untere und kein stereo ist aber nicht weiter schlimm weil ich nutze es zum beispiel nur für die mikrofoneingänge 2 3 und 4 wenn ich da jetzt noch ein mikro anschließt damit die auch einen effekt bekommen vom equalizer und zwar dem unteren so dass da nicht gleich unnutz ist habe ich mir gedacht ich verkabel einfach und zwar mit dem ausgang ich habe den ausgang vom zweiten genommen hier und channel 2 das ist ja der untere equalizer mit 6,3 klinke stereo stecker ganz wichtig dann geht ihr dann hier oben in den mono kanal in den kanal 5 dass das ist 6,3 klinke stereo stecker auch unbedingt in diesen reihen in diesem mono kanal und dann geht hier oben von aux 1 mit stereo 6,3 klinke wichtig ist auch stereo nicht den mono klinke nehmen da gibt es ja auch noch unterschiede dass man die 3 bis 6 dezibel verliert wenn man kein stereo klinke nimmt und ja wir sind dann von aux 1 einfach mal hier runter in den input auch mit 6,3 stereo klinke somit haben wir dann auch noch mal für die anderen anschließend man kann sogar die anderen ports nehmen die stereo ports die bekommen dann allerdings nur eine mono einspeisung des signals von dem equalizer aber ich will es ja eh nur für die mikrofone zwei drei und vier nutzen somit kann ich dann den fx regler hier über den kanälen direkt hochdrehen ich habe mir dann direkt auf dieses dreieck stehen hier ihr seht ihr hier sind so eigentlich striche und da hat er hier einmal so ein dreieck in der ecke das ist eigentlich so diese nullstellung wie man hier unten so sieht bei den schiebereglern habe ich das eigentlich so eingestellt wir müssen darauf achten bei dem wo ihr das anschließt den line in eingang hier oben den fünften habt ihr ja das untere equalizer teil verbunden dass ihr hier alles bitte ausschaltet hier in der also wieder den gain komplett auf null lassen auch kein fx aufdrehen oder so alles auf null lassen bitte keine höhen keine beste nichts so dass der dann korrekt arbeiten kann weil der eingeschaltet bleibt und dann eben der schieberegler nicht unten ist sondern direkt in der mittelstellung ihr seht schon wie es bei mir ausschaut was so in der mittelstellung hier ist und ich habe jetzt zum beispiel zwei mikrofone dran und ja wir haben jetzt zum beispiel an dem ersten mikrofonanschluss wie gesagt haben wir ja das rote pro kasse was hier rechts abgebildet ist wenn ich nach klar jetzt in dieses mikrofon rein spreche ja und habe hier der der aux 1 darf nicht aufgedreht werden weil der ja den oberen equalizer nutzt für sich selber der geht er direkt mit dem verbunden somit haben wir eine super sprachqualität können hier diese schieberegler auf dem oberen equalizer nutzen was alles nur fürs pro kasse gilt dadurch haben wir den vorteil wir haben ja noch den unteren der noch für zwei drei und vier zum beispiel nutzbar ist als fx reindrehbar hier bei den 234 anschlüssen für die mikrofone zum beispiel und somit können wir hier eine ganz andere einstellung wählen wenn wir jetzt sagen wir haben hier ganz andere mikrofone wir haben jetzt großmembran mikrofone und nicht so eins wie hier das ist jetzt eins was gedämmt ist das braucht doch keine 48 volt aber ihr habt jetzt hier drei rote nt1a oder so dran die na klar ganz anders klingen als ein rote pro kasse die haben mehr höhen und dadurch würde ich sagen kann man das hier doch variabel einstellen haben wir zwei verschiedene equalizer einmal für die 234 reihe und einmal nur für den einer kanal für dieses mikro und ja ich habe den oberen so eingestellt für das pro kasse dass ich die beste bisschen hochgeschraubt habe jeden bei den höhen habe ich die letzten 45 regler was gemacht dann für die anschlüsse 2 3 und 4 habe ich da klar fast identisch nur eben bei den höhen habe ich das nicht ganz so hoch geschraubt weil ich hier zum beispiel eine rote nt1a dran ist an 2 und an 3 habe ich noch ein gesangsmikro zum testen da muss ich dann klar sagen gesangsmikrofone so billige 15 euro taugen nicht viel würde ich auch nicht unbedingt empfehlen aber im großen und ganzen war es das auch ist auf was ganz wichtig bei mir ist ich habe ja in group out ihr seht ja hier oben steht group out ja bei dem mischport bei dem jamaher habe ich zum beispiel von 3,5 klinke zweimal monostecker auf 3,6 3 klinke auf mono einmal dann habe ich am anderen ende das 3,5 klinke stereo den stecker damit verbinde ich dann klar meine pc lautsprecher die sind hier direkt dran also ich nutze keine soundkarte bei mir ist das mischpult die soundkarte weil ich finde hier kann man mehr regeln die klingt auch besser als jede soundkarte und wenn ich hier oben in group 1 oder group out hier mehr die lautsprecher verbunden habe zum beispiel meine sind ja die logitech z4 dann habe ich die möglichkeit mit dem group schalter auch die lautstärke einzustellen und daher mein mischpult mit usb zum pc angeschlossen ist und nicht über klinken stecker oder so direkt mit usb kabel so dass es usb audio interface auch nutzbar ist müsst ihr unbedingt diese taste hier rein drücken ja da steht auch gedrückt usb ganz wichtig sonst hört ihr hier nichts weil ihr wollt ihr den sound über usb hier direkt raus haben in diesem group out darum auch hier unten st also die große taste gedrückt bei den kanälen die gehen dann direkt hier raus weil es sei der stereo kanal ist dieser regler ist auch für den usb anschluss gedacht was bedeutet wenn ich das hier hoch schieb geht das signal da direkt raus also wenn ich hier ein spreche in das in den ersten kanal der auf st gedrückt ist oder auf den zweiten dritten vierten oder auf den 1 bis 4 geht das direkt in die sauer hier raus geht einmal rein den pc und das hören die leute auch im stream oder wenn ihr aufnimmt oder chat-tool seid hören die direkt diesen ton ihr selber hört den ton na klar nicht weil ihr hier bei diesen anschlüssen ihr group gedrückt hat group 1 2 sind die tasten hier oben deshalb steht hier auch 1 2 im blau dass man die drückt somit habt ihr na klar könnt ihr euch nicht selber hören das heißt ihr bekommt auch keine rückkopplung wenn ihr jetzt in die mikrofone 1 bis 4 reinsprech die kanäle hört ihr euch selber nicht dadurch könnt ihr die lautstärke variieren an den boxen und sagen ich kann ruhig lauter machen es gibt keine rückkopplung da ich mich selbst nicht höher sollte man sich vorhören möchten wie möchte ich mich anhören drücke ich einfach die pfl-taste hier unten das hat jeder kanal dann kann man sich kurz selber hören aber muss darauf achten dass es nicht zu laut ist weil es sonst eine rückkopplung gibt ist ganz normal es sei denn die lautsprecher stehen weit hinter mir und ich bin davor dann gibt es wenige rückkopplung ist ja klar weil der schalter nach vorne geht vom mikro und nicht die boxen davor stehen ja das wäre eigentlich so das ganze und dann wie gesagt welche kanäle einschalten sollte das wäre einmal dieser kanal hier das wäre der 56 kanal weil hier haben wir den zweiten equalizer drin wie gesagt ganz wichtig gegen regler und den effekt regler bitte auf null stellen und ich würde soweit auch die klangregelung hier auf null stellen für den kanal balance ruhig auflassen den aux 2 auch auslassen den brauchen wir auch nicht hier keine tasten drücken oder so einfach nur die taste und schalten dass er online ist er bleibt bei mir immer online somit ich weil ich hier nämlich ein fx rein drehe reagiert er drehe hinweg reagiert er nicht damit habe ich immer die möglichkeit fx schnell rein zu drehen und zu sagen ich habe hier mikrofon kurz angeschlossen drehe das hoch klingt jetzt besser als wenn der aus ist weil da klar der untere equalizer dafür geeignet ist dann es klingt fast identisch als wenn wir das direkt mit dem oberen hier verbunden haben aber ja gut man hat jetzt hier oben noch das rote pro caster ist 286 erst den mic preamt vorgeschaltet dass man da noch ein paar einstellungen macht weil das eben das hauptmikro für mich ist auch für die let's plays und so aber im großen und ganzen geht das so also ihr könnt euch gerne hier auf pause schalten das video dass sie das hintergrund bild seht dass ihr seht mensch wie hat er das überhaupt angeschlossen ja und ich muss sagen ich komme damit super zurecht ich kann hier alle 1 bis 4 die mikrofon kanäle vier mikrofone reinstellen der erste kein fx sein wie gesagt war ja obere equalizer dafür eingestellt ist mit dem oberen 286s zusammen kanäle 2 3 und 4 habe ich ein mikrofon dadurch muss ich dann klar die fx die ausregelung hier rein drehen bis zum strich damit er überhaupt reagiert ihr könnt es auch für die anderen stereo kanäle machen ihr habt ja hier noch zum beispiel zwei kanäle frei die beiden denn nicht doch 78 und 19 wäre noch möglich da habe ich dann gleich oben noch dure player drinnen kaufs musik cds machen hier habe ich glaube ich noch mein handy angeschlossen das möchte ich den ein- und ausschalten aber ich drücke überall auf group 12 das heißt ich höre alles was ich hier anschließt er an den kanälen wenn ich auf group 12 gedrückt habe das führe ich na klar hier über meine boxen ich möchte na klar nicht die 1 bis 4 mikrofone über die boxen hören damit es keine rückkomponente gibt also bleibt nur stereo gedrückt und nicht der 12 regler der bleibt draußen damit habe ich immer die ja die möglichkeit dass ich sagen kann ja ich höre keine rückkopplung ich habe einen guten ton ich habe mich ja mal angehört wie ich mir selber anhöre mit dem pfl schalter und wenn das okay ist wenn ihr meint gut klingt gut wenn die wieder ausmachen dann habt ihr ein equalizer soweit eingestellt und die leute hören eure stimmen und das ist eigentlich so ganz gut das kann der weil das routing ist das a und o hier und die schalter die st und die route 1 2 schalter ganz wichtig weil wenn ihr zum beispiel noch die zusätzlich den route 1 drückt und den stereo zum beispiel bei dem ersten kanal dann hören die leute euch aber ihr hört euch hier auch über die boxen group 12 was nachteil ist wenn die boxen einer kleiner nähe sind die rückkopplung ist da ihr dürft das nicht zu laut stellen ja dass man dann rückkopplung dann brummt und pfeift das also ich habe ihn immer aus weil ich muss nicht selber hören wie ich mich anhöre ich spreche und ich höre mich ja in dem moment ja da brauche ich nicht noch hier exhalte lautsprecher mich hören somit ist der klang auch sehr gut muss ich sagen ich habe zum beispiel hier auch gar nichts eingestellt alles auf null gelassen bei diesem kanal da brauche ich nichts machen auch kein gen regler an der muss aus der kompressor muss aus das ist alles auf null hier kommt keine ausregelung das bleibt aus er bleibt noch klar auf dass der balance schalter der pan schalter auf die mittelstellung der erst mal klar eingeschaltet wenn ich rede weil ich nicht spreche damit ich mit der meinte wieder aus aber bleibt immer hier eine mittelstellung null die regler bei mir egal welche ich nehmen weil das immer meist ausreichend ist genau wie bei dem ganz wichtig nach der zweite ecolizer der hier drin sitzt in dem kanal den regler null alles auf null lassen kein fx auch auf null lassen mittelstellung online immer lassen mit man die möglichkeit hat weil wenn ihr hier in effekt rein dreht und der ist offline kommt hier kein effekt ja also lasst ihn ruhig online ja das ganze wie gesagt war dann mit usb kabel zum pc und siehe da wir haben da klar den das usb audio interface was hier eingebaut ist was ich sehr gut halt also ich habe keinerlei rauschen wenn zum beispiel auch das city anmache und spreche mit 1 bis 4 die kanäle egal welches mikro habe ich bis ich glaube bis hinten rechts in der ecke 9 oder so schlechter da aus das ist optimal ich habe wenn ich gar nicht rede immer eine gerade spur keine wellen oder störungen oder rauscheffekte das ist schon echt heftig also das mischpult hat schon seinen preis damit 319 euro glaube ich waren das bei thomann kann ich an der preise noch mal erzählen was haben wir bezahlt für die 2 xlr kabel waren das glaube ich 7 euro das stück habt ihr noch 14 euro für die klinke stereo 6,3 mm auf 6,3 mm habe ich drei stück a3 euro waren noch mal 9 euro dann haben wir da klar das rode pro caster das war mit 160 glaube ich 169 euro das 286 s dbx mikrofon preamp gerät liegt glaube ich um die 170 euro der 231 s und haltet euch fest den habe ich bei thomann gekauft der 131 erstes praktisch nur einmal die obere hälfte der 231 erst hat das beides in der also zwei getrennte wie ihr seht ihr auch hier und die anschlüsse ok leise oben eko leise unten zwei getrennte wenn wir dann nutzen wir das für stereo für irgendwas anderes oder halt so wie ich das mache und habe ich dann eben zwei eko leise auch nicht schlecht und der kostet gleich da liegt bei 139 euro momentan bei thomann und ja somit seid ihr dabei 319 das sind dann ja ein paar euro kommt da zusammen so um die 700 800 euro werden da schon da kommt dann klar dieser mikrofone quatsch mikrofone der mikrofon arm von rode habe ich den psa 1 gelenkarm noch er ist klar noch hier mit angeschlossen an dem mikrofon dass es auch am tisch befestigt werden kann und nicht immer so vibriert ja die klangqualität ist bei mir top ihr hört das ja selber ich bin jetzt momentan das ganze video nämlich auf ohne dass es rein nackter ton so wie das hier eingestellt ist mit dem rode pro caster wie gesagt direkt hier rein das geht dann aus den 286 rein in den ersten equalizer den habe ich ein bisschen eingestellt das ganze geht nach klar hier in den kanal hier ist alles auf null hier ist gar nichts an nur eben mittelstellung hier und schon hört ihr den ton in den aufnahmen sollten noch irgendwelche fragen sein wie was angeschlossen wird oder was man vielleicht noch verändern könnte wenn ihr irgendein anderes gerät nutzt schreibt einfach mal unten in die kommentare rein würde mich freuen vielleicht kann ich ja weiterhelfen und ich denke mal der eine oder andere sagt okay ist mir ein bisschen zu teuer werden auch geld opfern würde sagen nein das möchte ich auch ich möchte mein equipment so einstellen dass ich auch den klang verändern kann nicht nur so hühn und bässe wie ein besitzt und mittelton das klingt immer ich sag mal für den arsch deshalb hat man hier 31 bänder pro also fürs mikrofon zu regeln für die stimme ich finde das heftig und ja wenn fragen sind schreibt in die kommentare und ich denke mal ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen und ich sage bis zum nächsten video tschüss euer kunglau hd